Jo, hallo, servus und habe der dazu den Short News. Heute sind sie tatsächlich ziemlich kurz, denn es geht eigentlich nur um den neuen Arena-Modus in Planes West Thomas Battle for Neighborville. Der wurde nun richtig enthüllend vorgestellt, und zwar von IGN, und im Hintergrund seht ihr von dem Modus schon ein Gameplay. Einfach mal zusammengefasst, was ist das für ein Modus? Das ist ein 4 gegen 4 Modus in einer eigenen Arena, in einer eigenen Map, und der Modus kommt ab 1. Oktober dauerhaft mit dem Halloween Update. Also, 4 gegen 4 und grob gesagt Team Deathmatch. Allerdings hat man nur ein Leben pro Runde. Es gibt maximal 7 Runden, doch wer zuerst 4 Runden gewonnen hat, hat das komplette Spiel gewonnen. Das Besondere hierbei noch ist, dass man nicht zweimal den gleichen Charakter benutzen kann. Wenn du zum Beispiel einmal Wissenschaftler spielst, kannst du im ganzen Spiel nicht mehr Wissenschaftler spielen. Du musst jede Runde einen neuen Charakter auswählen. Finde ich wirklich eine kluge Lösung, denn so kann ich zum Beispiel die ganze Zeit jemanden irgendeinen super starken Charakter spielen, sondern es ist viel mehr ausgeglichen und es kommt meiner Meinung nach viel mehr auf den Skilldorf an. Ich freue mich schon sehr auf den Modus, wird es wahrscheinlich sehr teambasierend sein. Ich hoffe allerdings, von dem gibt es jetzt momentan noch keine Informationen, dass es irgendeine Art Rangliste oder Season gibt, wo man sieht, wer ist der Beste im Spiel, wer ist der Beste in diesem Modus. Das wäre wirklich, wirklich sinnvoll und sehr, sehr wichtig für diesen Modus, weil sonst sehe ich da jetzt nicht so viel Sinn drin, unbedingt jedes Mal zu gewinnen. Ich meine, der Modus legt sich klar aufs Gewinnen aus und da ist es einfach wichtig zu gewinnen, denn viele Kills kannst du nicht machen, wenn du nur vier Gegner hast pro Runde. Also es muss auf alle Fälle irgendwo eine Liste geben, wo man sieht, wer ist der Beste oder so Seasons oder so in die Richtung. Das wäre wirklich wichtig. Wenn euch das Gameplay im Hintergrund nicht reicht, ich verlinke euch den kompletten Artikel mit kompletten fast neunminütigen Gameplay. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe anschauen und anhören. Das war es für heute für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video und ciao. Servus. 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 Vielen Dank.